Nach der Registrierung sollte man als erstes mal die eigene Profilseite aufsuchen und die Angaben hier kompletieren. Man hat die Möglichkeit ein Foto von sich hochzuladen. Man kann einen kurzen Beschreibungstext angeben, Links zur eigenen Homepage, zum Twitter-Account und zu einem Blog eintragen und die Kontaktdaten angeben und hier in der Übersicht gibt es auch noch die Möglichkeit einen ausführlicheren Beschreibungstext einzutragen. Das ist bei Zanox recht wichtig, denn die einzelnen Werbepartner möchten natürlich wissen, mit wem sie es hier zu tun haben. Von dieser Möglichkeit sollte man also auf jeden Fall Gebrauch machen. Darunter kann man dann noch einzelne Advertiser auswählen und angeben, mit denen man in der Vergangenheit bereits gearbeitet hat. Wie gesagt, diese Profilseite vollständig auszufüllen ist einmal der erste Schritt und das nächste sind dann die Werbeflächen. Zanox funktioniert eben so, dass man jede Werbefläche und Werbefläche ist eine Internetseite oder eine eindeutige URL hier angibt und um eine neue einzutragen, klicken sie einfach auf Werbefläche hinzufügen, tragen im ersten Feld die URL ein, im nächsten Feld den Namen der Werbefläche und anschließend eine kurze Beschreibung. Auch hier wiederum sehr wichtig, eine aussagekräftige Beschreibung zu wählen, denn sie bewerben sich dann weiter im nächsten Schritt für verschiedene Programme und die jeweiligen Werbemanager werden sich dann natürlich die Beschreibung dieser Webseite ansehen und auch die Webseite selbst und deshalb ist es eben wichtig, dem Werbepartner gleich ein klares Bild zu vermitteln, worum es denn auf dieser Seite eigentlich geht. Es folgen dann noch zwei Felder, zum einen die Branchen, also welche Branchen sind für die Seite relevant. Ich habe hier mal Telco und Services gewählt, da gibt es dann noch diverse Unterkategorien, die sollte man sich beim ersten Mal natürlich gut durchsehen. Es ist sehr wichtig, hier passende Kategorien auszuwählen, die tragen wir hier ein, also auf dieser Seite geht es um Telco Services, um Hosting und so weiter, speichern diese Kategorien und im letzten Schritt wählen wir noch die Vertriebsgebiete der Webseite aus. Zanox ist international, Sie sehen hier sind alle Kontinente vertreten, bei einer deutschsprachigen Seite ist es natürlich naheliegend die Dachraumländer auszuwählen, also Deutschland, Österreich ist schon vorausgefüllt, weil ich eine österreichische Adresse angegeben habe und wir nehmen dann noch die Schweiz dazu. Wir speichern diese Seite. Bevor wir uns mit dieser Seite jetzt aber für die einzelnen Programme bewerben können, müssen wir diese noch validieren. Sie kennen den Prozess von der Google Webmaster Console, von den Webmaster Tools, funktioniert genau gleich. Entweder fügt man einen Meta-Tag in den Header-Bereich der Seite ein oder man lädt eine HTML-Datei hoch, um eben zu zeigen, dass man tatsächlich der Webmaster dieser Seite ist, beziehungsweise auch Zugriff auf diese Seite hat. Sobald diese Webseite dann hochgeladen ist, kann man auf validieren klicken und sich dann mit dieser Werbefläche bei den einzelnen Programmen bewerben. Sie können als Zanox Advertiser beliebig viele Werbeflächen eintragen und eben sobald diese Werbeflächen dann validiert sind, ist der nächste Schritt passende Programme auszuwählen. In dieser Übersicht unter Programme hier sehen Sie in diesem Tab die Programme, für die Sie zugelassen sind. Im ersten Tab sind alle Programme aufgelistet und in den übrigen Tabs eben dementsprechend Programme, für die man abgelehnt wurde, Programme, die man selber gekündigt hat, offene Bewerbungen und eben die Programme, in die man bereits aufgenommen wurde. Das finden Sie hier in dieser oberen Tab Navigation. Nach dem Anlegen einer neuen Werbefläche wird man im ersten Schritt natürlich passende Programme aussuchen. Man kann die Suche hier einschränken, wiederum nach derselben Methode wie vorhin. Man wählt eine Branche aus und dann entsprechende Unterbereiche. Wir nehmen hier mal Webhosting und wählen dann in einem weiteren Schritt noch aus, für welche Vertriebsgebiete diese Seite relevant ist. Das müssen wir hier nicht extra eintragen, sondern wir können einfach anhaken, genau diese Gebiete, die wir bei der Werbefläche angegeben haben. Wir erhalten daraufhin eine Auswahl von verschiedenen Affiliate Marketing Programmen, in dem Fall lauter Webhoster, Strato 1&1 und so weiter. Und auf dieser Übersichtseite sieht man schon mal, die wichtigsten Parameter der einzelnen Programme, die Conversion-Raten, die Bestätigungsdauer, die Zahlungsfrist und so weiter. Und das gibt schon mal einen ganz guten Anhaltspunkt darüber, welche Programme möglicherweise für eine selber attraktiv sein könnten. Auf welche Parameter man am meisten schaut, da kann man eigentlich keine generelle Empfehlung abgeben. Wir wählen hier mal United Domains aus und wenn man auf das Programm klickt, dann findet man unter der Übersicht eine genauere Beschreibung der angebotenen Produkte, meistens auch eine kurze Beschreibung, wofür es Affiliate Zahlungen in welcher Höhe gibt. Und wie Sie hier auch sehen, bei mehr als regelmäßigen 5 Sales im Monat sind höhere Provisionen möglich. Das ist durchaus üblich auf den Affiliate Netzwerken. Je erfolgreicher der Affiliate ist, desto lukrativere Prämien bekommt er eben angeboten. Die Programmbedingungen listen dann nochmal im Detail auf, was konkret bei der Bewerbung erlaubt ist und was nicht. Gegliedert in die einzelnen Punkte Bait Search, also darf man beispielsweise AdWords auf den Markennamen schalten oder nicht. Das sollte man sich auf jeden Fall genau durchlesen. Und bei der Performance sieht man, wie gut dieses Programm eben bisher funktioniert hat bei allen anderen Werbetreibenden. Das sind natürlich auch recht aussagekräftige Zahlen. Hier im letzten Tab Konditionen ist dann nochmal das Vergütungsmodell genauer aufgeführt. Wenn man damit einverstanden ist, klickt man hier links auf Bewerben, bobt nochmal dieses Fenster auf mit einer Zusammenfassung der Werbebedingungen und man schickt eine Nachricht mit an den Publisher. Wie gesagt, auch hier geht es eben wieder darum, den Werbepartner gleich zu zeigen, warum die eigene Seite ein gutes Match wäre für das jeweilige Programm, also auch hier eine möglichst aussagekräftige Beschreibung eintragen. Dann muss man im letzten Schritt, wenn man die eingetragen hat, unten noch den Teilnahmebedingungen zustimmen und kann sich dann in weiterer Folge bewerben. Man kann sich mit jeder einzelnen Werbefläche letztendlich bei beliebig vielen Programmen bewerben. Ob und wie schnell man aufgenommen wird, hängt vom jeweiligen Manager des Partnerprogramms ab. Das macht nicht Sanok selber, sondern eben die Werbeverantwortlichen der einzelnen Firmen. Natürlich wird man sich in der Regel bei mehreren Programmen bewerben und dann auch in der Praxis mal schauen, welches auf der eigenen Seite eben gut funktioniert. Hier beispielsweise GroDaddy. Dasselbe wieder in grün, die Programmbedingungen, Performancedaten, Konditionen und ja, können wir uns jetzt eben bei diesem Programm bewerben und auch noch bei weiteren. Wir haben diese Werbeseite, also diese Werbefläche jetzt neu angelegt und sind noch bei keinen Programmen zugelassen. Ich wähle jetzt mal Datenschmutz aus. Hier sind bereits einige Programme genehmigt, die sind in dieser Liste sehen, eben unter dem Tab zugelassen und ich wähle jetzt mal Dodax aus. Wenn man dann die Werbemittel einbinden will, geht man eben auf das Programm und klickt hier in der linken Spalte auf Banner und Links. Dort findet man eine Auflistung aller Werbemittel, die der jeweilige Advertiser zur Verfügung stellt. Ich gehe jetzt mal auf die Unterkategorie Bücher und Sie sehen, da gibt es eben diese typischen Bannergrößen, Skyscraper, White Skyscraper, quadratische Banner, Textlinks. Da wählt man eben eine passende Größe aus. Ich nehme jetzt in dem Fall mal hier den 728x90er Banner. Man bekommt hier den Quellcode, den kopiert man und fügt ihn dann auf der eigenen Seite eben an der Stelle ein, wo er erscheinen soll. Ich habe hier auf Datenschmutz eine Social Media Leseliste mit verschiedenen Buchempfehlungen. Klicke auf Beitrag bearbeiten. Da müssen Sie dann nur aufpassen bei WordPress. Vom visuellen Editor auf den Code Editor umschalten beim Reinkopieren, damit die eckigen Klammern auch übernommen werden. Geht dann eben zur Stelle, wo man den Banner anzeigen möchte, kopiert diesen Xanox Werbekode hier rein. Und mehr ist eigentlich nicht zu tun. Wir aktualisieren den Beitrag und wenn wir uns den Beitrag jetzt ansehen, dann passiert folgendes. Man sieht es auch hier im visuellen Editor bereits an der Voransicht. Dann taucht eben dieser ausgewählte Banner hier an dieser Stelle auf. Im Frontend sieht das Ganze dann so aus. Was passiert jetzt, wenn ein Leser auf diesen Artikel kommt? Der sieht den Banner und wenn er auf diesen Banner draufklickt, dann kommt er eben in dem Fall zum dodax.at-Shop, zur Bücherseite und kann dann hier wie in jedem Online-Shop eben bestellen. Da oben in diesem Tracking-Link sieht jetzt der Advertiser, dass der Traffic von einem Xanox-Werbepartner kommt und in dieser ID da hinten ist ihre Identität gespeichert und die dient dann auch in weiterer Folge dafür, die Provisionen abzurechnen. Es ist eben ganz verschieden. Manche Shops zahlen Provisionen für neu registrierte Nutzer, andere bezahlen ein paar Monate lang einen bestimmten Prozentsatz aller Bestellungen. Dazu muss man sich eben die einzelnen Konditionen genau anschauen. Es gibt auch Programme, die ganz unterschiedliche Werbemittel einbinden, teilweise auch automatisiert und es kommt immer darauf an, dass man die passenden Programme zur eigenen Seite auswählt und die Werbung an den idealen Stellen einbaut. Und dann klappt es in Zukunft hoffentlich auch mit den Conversions und in weiterer Folge mit den Affiliate-Provisionen. Es gibt hier immer bestimmte Advertiser, die von Xanox besonders hervorgehoben werden, die gerade besonders interessante Konditionen haben. Zahlt sich ja auch immer aus, da mal reinzuschauen.